Wenn du Unternehmer bist oder wenn du ein Unternehmen leitest, dann hättest du möglicherweise gerne, dass dein Unternehmen wächst. Und wir stellen uns dann das Ganze immer so vor, dass ein Unternehmen ganz simpel einfach so wächst. Leider ist es sehr wahrscheinlich in der gesamten Geschichte des Unternehmertums noch nie passiert, dass ein Unternehmen tatsächlich so gewachsen ist. Sondern in Wahrheit passiert das immer wieder so, dass wir Unternehmen sehen, die eher so wachsen. Und das liegt ganz einfach daran, dass ein Unternehmen, wenn es wächst, immer wieder an einen Punkt kommt, den wir Hitting the Ceiling nennen. Das heißt, wir haben eine Art Decke oder einen Deckel und wenn das Unternehmen wächst, dann stoßt es hier an eine Decke. Und die passiert, weil das Unternehmen in seiner derzeitigen Form, in seiner derzeitigen Struktur, mit den derzeitigen Mitarbeitern, mit den derzeitigen Mitteln, mit den derzeitigen Projekten oder Produkten einfach durch diesen Ceiling nicht durchkommt, durch diesen Deckel. Und dann gibt es immer drei Möglichkeiten, was dann passieren kann. Das eine ist, das Unternehmen erkennt, ich stehe hier an und bewegt sich zurück, also nach unten. Das zweite, das passiert sehr, sehr oft. Und das ist auch der Grund, warum manche Unternehmen seit 20, 30 Jahren gleich groß sind. Sie bewegen sich einfach seitwärts. Das ist aus meiner Sicht grundsätzlich gefährlich und zwar deswegen, weil ich glaube, dass eine horizontale Linie von der Gravitation immer nach unten gebogen wird. Also sprich, wenn du einfach dein Geschäft so weitermachst, wie du es immer gemacht hast, dann kommen Probleme dazu, weil die Kosten steigen, möglicherweise die Einnahmen aber nicht. Die Kosten steigen durch Inflation, die Gehälter werden angepasst, Betriebskosten steigen und so weiter. Und dann funktioniert dieses Modell nicht. Und das dritte, was passieren kann, wenn man diesen Ceiling erreicht ist, ganz simpel, du kämpfst so lang und du wuschelst dich durch und du suchst unterschiedliche Lösungen, bis du die richtige findest. Und dann schaffst du es durch diesen Ceiling durch und dann wächst dein Unternehmen weiter. Das heißt, du veränderst deine Struktur, du findest neue Mitarbeiter, möglicherweise musst du einen Mitarbeiter auswechseln, was auch immer dazu führt, dass du hier angestanden bist, du findest einen Weg und kannst weiter wachsen. Das funktioniert dann natürlich nur wieder, bis du das nächste Mal anstößt. Das ist total normal, wenn du das in deinem Unternehmerleben erlebst. Du bist keine Ausnahme, es geht allen so. Und das Wichtige ist, was du aber deinen Mitarbeitern erklären musst, ist, wenn du die Struktur an dieser Stelle in deinem Unternehmen veränderst, dann musst du deinen Mitarbeitern erklären, hör zu, wir ändern jetzt die Struktur und das ist der Plan. Der Plan funktioniert aber möglicherweise nur für die nächsten drei Jahre, denn dann werden wir wieder anstehen. Und das Schwierige ist, egal wie gut wir sind und egal wie gut wir vorbereitet sind, wir wissen nicht, wann wir das nächste Mal anstehen werden. Das können wir nicht vorhersehen. Wir werden es nur merken, wenn es soweit ist. Weil da draußen lauern Herausforderungen, von denen wissen wir heute noch nicht. Und deswegen musst du deine Mitarbeiter darauf vorbereiten, dass dieser Punkt kommen wird und dass es total natürlich ist, dass dieser Punkt kommt und dass das nicht der Untergang ist. Das ist nur sozusagen der Beginn vom nächsten Wachstumsschritt. Deswegen bitte klär deine Mitarbeiter darüber auf, denn sie haben kein Verständnis dafür und sie bekommen Angst, wenn sie an dem Punkt anstehen. Und da müssen wir als Führungsperson sie durch das durchführen. Ich wünsche dir viel Erfolg.